Jungs, nur schnell zwei Worte, verdient verloren, auch in dieser Höhe verdient verloren, weil von Anfang an bis zu den 90. Minuten zu wenig Leidenschaft da gewesen. Unterschätzt, ja, 0 zu 5 verloren, wir gönnen auch mit 12, sagen mir die Spieler, wenn ich mit ihnen telefonieren, ist kein Problem. Aber wir sind nichts, Jungs. Nichts, wenn wir nicht kämpfen, nichts, gar nichts. Keiner von euch ist null, null, null mit mir zusammen draussen, null wert, wenn er nicht kämpft, null. Und wenn sich das nicht ändert, nächsten Samstag verlieren wir wieder. Wir Fussballer. Wo Fussballer? Fussballer ist mit Leidenschaft und nicht mit der Sohle. Mit der Sohle kann ich auch Fussball spielen, auch mit 40 noch. Mit 40 hätte ich nicht schlechter ausgesehen da. Ich würde mich schämen, so Fussball spielen. Schämen! Warte, warte, warte. Jetzt gehen wir duschen und kein Wort hören, Jungs. Kein Gelachen, keine Musik in der Garderobe. Segn! Wir sind nicht, wir sind ein neues, es sind die Irmlands und Bokadern. Wir sind 8,5 Meter. Wir sind, wir sind ja nicht in der Verkaufnahme. Wir sind, wir sind, wunderbar. Unsere Berichterse, wir sind, die VERY, was sie übernommen. Wir sind, wir sind, dass wir sind. Wir sind, dass wirklich, wir sind, hier haben, gut, mit Kunden zu werten. Bis zum nächsten Mal.